Es geht nun um die Blendenübungen. Das heisst, wir machen vom selben Motiv drei Fotos und der Fokus bleibt bei allen drei Fotos am selben Ort. Das Einzige, was wir verändern, ist die Blende an der Kamera. Ihr wählt als allererstes eine Offenblende. In meinem Fall ist das jetzt die 2.8. Ihr wählt am Objektiv die kürzeste Brennweite. Das ist bei mir jetzt die Brennweite 24. Das heisst, das ist ein weiter Winkel. Und ihr bringt ganz viel aufs Bild drauf. Jetzt positioniert ihr euch. Ihr verändert dann die Haltung nicht mehr. Löst die Bildsituation aus. Moment, ich mache euch ein Querformat. Das mache ich nicht so gerne. Ich muss es jetzt aber machen, weil das in der Folie fast besser wirkt. So, ich fotografiere das Bild mit deiner Offenblende 2.8. Dazu stelle ich die Zeit richtig ein und den Isabel. So, nun schließe ich die Blende um... Gehe auf Blende 8. Du musst natürlich aus diesem Grund auch die Zeit wieder anpassen. Das heisst, ich habe jetzt deine Blende 8, 1,50 und 400 ISO. Ich habe die Position nicht verändert und löse das Bild aus. Nun schließe ich die Blende auf 16 und muss die Zeit natürlich wieder anpassen. Jetzt habe ich eine Blende 16 und eine 3 Zehntel Sekunde. Das ist wahnsinnig eine lange Zeit und recht ungünstig, um aus der Hand zu fotografieren. Warum mache ich es trotzdem? Das ist für euch gerade ein gutes Beispiel. Da seht ihr dann auch die Verwackelung im Bild. Aber zurück zur Übung. Die Blende mit Weitwinkel fotografiert. Drei Bilder, weitwinklig fotografiert. Einmal mit einer Offenblende, einmal mit einer Mittlerenblende und einmal mit einer geschlossenen Blende. Was ihr machen könnt für diese Übung, wer noch nicht manuell berichten mag, der oder die kann im Halbautomaten arbeiten, A oder AV. Das bedeutet ja dann, dass sich die Zeit automatisch dazu erwechnet. Das heisst, ihr könnt euch konzentrieren auf den Bildausschnitt und auf die Blende. Das ist eine Option für die, welche sich jetzt noch nicht ans Thema wagen, manuell zu belichten. Dann wird die Aufgabe zum Thema Blende schon fast erledigt. Wir schauen uns aber jetzt dasselbe an mit der langen Brennweite. Hier haben wir das Bild mit der Blende 2.8. Achtet auf den Hintergrund. Blende 8 und Blende 16 mit einem Weitwinkel Objektiv. Gut, wie besprochen mache ich genau dasselbe. Aber, was ich jetzt mache, ich habe hier jetzt eine lange Brennweite, das ist ein 200 Millimeter. Jetzt müsst ihr mal schauen, was passiert, damit ich denselben Bildausschnitt hinbekomme. Ich muss ganz, ganz weit weg vom Motiv. Das heisst, ich werde gar nicht mehr auf dem Bild sein. Auch egal. Das heisst, ich stelle mich hier jetzt hin. Ich habe euch gesagt, ich mache extra für euch ein Querformat. Die Situation hier ist einfach zu eng. Das heisst, ich kann hier nicht mehr 200 Millimeter fotografieren. Bedeutet, ich suche mir jetzt einen anderen Bildausschnitt und lichte euch das mal so ab. Und ihr werdet dann den Unterschied sehen im Bild. Ich fotografiere wieder mit einer Blende 2.8. Fokus lasse ich am selben Ort. Dann fotografiere ich mit einer Blende 8. Ja, und muss die Zeit wieder dazu einstellen. Ich habe eine 80 Sekunde, 500 ISO. Ja, und nun wähle ich eine Blende 16 und muss entsprechend die Zeit wieder verlängern und bin hier auf einem 20, was wieder sehr ungünstig ist für diese lange Brennweite. Das bedeutet, ich habe wieder ein verwackeltes Bild mit dieser langen Brennweite. Heisst, jetzt habt ihr gerade im Video gesehen, ihr müsst wirklich ein Motiv auswählen, bei welchem ihr Abstand machen könnt. Das heisst, ihr braucht etwas Raum für diese Übung. Also, dasselbe wieder. Die Aufgabe ist, mit der langen Brennweite wieder eine Blende, eine offene Blende, eine mittlere Blende und eine geschlossene Blende fotografieren vom selben Motiv. Fokus bleibt am selben Ort. Danach könnt ihr die Bilder miteinander vergleichen. Hier haben wir wieder das Bild mit der Blende 2, 8. Blende 8. Blende 16. Achtet auf den Hintergrund. Hier sehen wir die Zusammenstellung. Oben haben wir die drei Bilder mit dem Weitwinkel fotografiert. Unten die Bilder mit dem 200 mm. Wenn ihr das vergleicht, Offenblende 2, 8 mit dem Weitwinkel und Offenblende 2, 8 mit einem Teleobjektiv, dann ist die Wahrnehmung der selektiven Schärfe einfach anders. Das heisst, die Bildwirkung mit dem langen Objektiv und Offenblende 2, 8 ist deutlich selektiver als mit dem Weitwinkelobjektiv. Das ist das eine. Das andere ist, ihr müsst nicht erschrecken, die Bilder sind alle gleich hell belichtet. Das ist aus diesem Grund, weil ich immer jeweils die Zeit wieder angepasst habe.